Hallo! Willkommen bei einem neuen Let's Play von mir. Dieses Spiel nennt sich Plug and Play. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe die gute Reha neben mir sitzen, die sich jetzt schon ein Ablacht. Versuch Nummer 2? Genau, Versuch Nummer 2. Wir haben gerade schon angefangen. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich wusste nämlich am Anfang nicht, wie das Spiel heißt. Also ich habe schon wieder vergessen, dass es Plug and Play heißt. Auf jeden Fall, schön, dass ihr hier seid. Wir wollten einfach mal irgendwas aufnehmen. Wir hatten gerade spontan Lust darauf. Wir gingen so durch unsere Spiele und ich so, Plug and Play, das sagt mir was. Das war irgendwas komplett abgedrehtes. Und Reha dann nur so, ja. Spiel mal. Ja, also ja. Gut, ich stecke mal ein. Und im Übrigen, das letzte Mal hat es uns aus dem Spiel gehauen, als ich das gemacht habe. Ich hoffe, es funktioniert jetzt endlich. Und ja, wir gucken mal. Wow, voll der Schatten hier. Guck mal. Wow. Ja, du triffst ihn ja nicht mal. Doch. Plug and Play. Ich feier die Musik so. Ich könnte jetzt da draufklicken. Könntest du. Aber du tust es nicht, weil es weg ist. Und wie war man in der Brugge raus. Siehst du diese unnatürlich lange Finger? Das sind mehr Glieder, als ein Finger hat, ja. Führ sie zusammen, Nanj. Führ sie zusammen. Wow. Wow. Was? Oder auch nicht. Okay, das war gerade... Alter. Ah. Okay. Die Musik. Also, ähm, ich bin sehr fasziniert. Alter. Äh. Wir sind zusammen. Der hat seinen Namen verloren. Okay. Ähm. Ciao. Was? Ähm. What? Das ist immer wieder lustig. Was? Hallo? Du musst ihn wiederbeleben. Hallo? Ich drücke auf deine Brust. Fühlst du dich belästigt? Fängt es jetzt wieder zum Laufen an? Nein. Hallo? Schulterklopfe? Wenn du es zu offen hast, fällt er vielleicht wieder um. Nein, wir wollen nicht dorthin. Oh, er geht wieder. Was? Wir wollen nicht da hin. Wir wollen nicht auf diese Stelle drücken. Ach so. Mach dir jetzt den ganzen Scheiß nochmal. Vielleicht. Rennt jetzt wieder gegen die Wand. Gegen die nicht existente. Was ist zur Hölle? Ja, aber wohl doch eine Wand. Du bist zur Hölle. Warum? Weil er es kann. Warum tust du das? Ich bin immer vorne. Wow. Junge. Wat? Hast du jemals Animal Crossing gespielt? Nicht so richtig. Wow, wat? Wenn man gerannt ist und dann abrupt angehalten hat, sah das genauso aus. Aber man hatte eine Staubwolke hinter sich. Ah, okay. Ne, ich habe erst mit dem 3DS mein erstes Animal Crossing so richtig gespielt und das habe ich jetzt auch schon wieder aufgehört. Was ist jetzt eigentlich passiert? Was ist jetzt eigentlich passiert? Steck's nochmal nach! Oder auch nicht. Schmeiß es einfach in der Gegend rum. Oh! Ich habe Angst. Oh. Jetzt ist alles weiß. Ist ja auch Licht. Oh! 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 Warte! Oh! Okay. Okay. Weitergeben. Du! Du bist nicht rebellisch! Nein! Was? Ich will aber... Oh! Okay. Du wirst es doch nicht in die andere Richtung. Also die Hintergrundgeräusche drücken gerade meine Gedanken aus. Mach doch was! Was? Äh. Äh. What? Ich mache eigentlich nicht wirklich was. Wo? Oh! Sein Arm! Äh. Was? Was sind das eigentlich für Viecher? Ich finde das sieht eigentlich aus wie ein Finger der Finger bekommen hat. Also ich finde das ist ein Mensch mit einer Steckdose am Schädel. Also mit einem Stecker. Das sieht nicht wirklich aus wie so ein Mensch. Naja. So eine simplizierte Form. So ein Fingermensch vielleicht. Warum tust du das? Weil es das kann. Was passiert jetzt? Fällt der um? Hahaha. Fällt der um? Hahaha. Fällt der um? Ein bisschen. Hahaha. Nice Bart. Ähm. Hallo? Oh, davon hast du später noch mehr. Oh toll! Ich freue mich ja schon. Okay, jetzt schaut es irgendwie aus wie eine Karotte. So eine... So eine... Ja, doch ich weiß es. Mutantenkarotte. Sind das Karotten mit Stecker? Alraunenkarotte. Eine Alraune! Okay. Uff. Pfff. Pfff. Geil. Was? What? Hey, warum wird das jetzt so schön? Schau mal wie die da liegen! Ja eben, warum? Vor allem sag ich auch noch schön, ja? Hahaha. Also ich weiß ja nicht, was deine Aesthetik von dir sagt. Ich habe nichts gesagt, okay? Ich habe nicht... Das ist jetzt nicht auf Video oder so. Du hast nichts gesagt, nein. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich die Folge hochladen soll. Hi. Oh ja! Oh! 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 Das hast du aber schnell vergriffen. Die anderen haben immer ewig dafür gebraucht. Oh! Oh! Also es bleibt schwarz. Schade. Oh! Das hat sich bewegt. Scheißt du es. Scheißt du es einfach gegen die Wand. Oh! Kann man damit noch was machen? Das sieht so fisches aus. Okay. Ich glaube das ist einfach nur der Zeichenstil. Die Geräusche, wiiiiiii! Okay. Okay. Äh. Oh ja, das, das... Oh Gott, was? Jetzt sieht's aus wie so'n Huhn, so'n gerupftes Huhn. So'n bisschen. Warum? Wut? 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 Das weiß ich an, das wird's brechen. Das macht Geräusche. Ich touch die an dem Booty. Seh ich das grad richtig? Ach komm schon, was? Was zur Hölle? Ach so, warte, sind das die... Oh Gott. Die Geräusche. Ja, was gegessen wird, muss ja auch wieder raus, ne? Die Geräusche grad! Was zur... Alter! Voll... Alter! Oh. Ihr holt das? Oh. Jetzt ist schwarz-weiß. Okay, das ist witzig. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Oh. Oh. Das macht doch alles witzig, wenn du nicht weißt, was du tust. Das ist ja saulustig. Oh. Oh, jetzt nimmt er sie selber. Hallo? Willst du dich gemobbt von mir? What? Geh zurück! Das kommt nicht wieder, was? Das ist weg. Hallo? Okay, dann... Hä, das ist schon mal nicht weggeworfen. Klick. Oh. 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 Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Visual novel. Oh. Vor allem... Vor allem... Okay. Okay. Mal nett sein. Ich kenn dich aber nicht. Kennst du mich? Ist das flirten? Weil diese Ebene des Flirtens versteh ich nicht. Schauen wir uns doch mal weiter an. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was rauskommt. Geht das jetzt ewig so weit? Ich hab das Spiel schon mal gespielt, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, wir können uns mal 10 Minuten hinsetzen, ne? Okay, ich hab's verstanden. Ja. Nein. Was? Nicht gehen. Du hast nicht erfolgreich geflirtet. Nicht gehen. Oh, scheiße so traurig. Das ist alles schwarz. Oh, da ist noch wer. Ich kann meinen nächsten am baggern. Was? Das ist zu weit. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Ihr müsst euch erst kennenlernen. Naja, diese Frage impliziert doch fast, dass ihr sich noch kennenlernen fast. Do you love me? Do you love me? I don't know. So geh ich auch immer auf Leute zu. Das ist meine erste Frage. Ich frag nicht, wie sie heißen oder woher sie kommen. So. Do you love me? I love you. I love you. I don't think I love you. Nein. Heartbroken. Okay. Okay, nochmal sicher. I think you don't love me. Wieso weißt du das? Hug me. No. I'm not sure. Warum? I do love you. I don't. Nein. It hurts. Uh. It hurts deep inside. Hi. Mein Heart ist... Mein Heart ist... Mein Heart ist gebrochen. Mein Heart ist gebrochen. It hurts. I'm leaving. Hallo. Du kannst nicht flirren. Hallo. 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 Hey, jetzt bin ich traurig. Wat? Ich will aber nicht. Aber du musst. Oh. The fuck. Ich glaub das klappt so nicht. Schade. Okay, dann geh halt. Wat? Ich hab gesagt, geh. Tobi möchte mit dir spielen. Oh. Jetzt wird's interessant. Oh. 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 Ich glaub ich glaub was... Ich glaub ich weiß was kommt. Oh. Sie mögen sich. Tun sie das? Kann ich denen das nicht abstecken? Oh. Wer weiß. Oh. Oh. Sie hacken sich. Wie auch immer das ist. All raune eins und zwei. Oh. Sie haben sich gehackt. Fortschritt. Wat? Ähm. Ich glaub sie mögen sich. Bitte sag mir nicht, dass das der Part ist, wo ich denk, dass es ist. Oh Gott. An den Teil kann ich mich erinnern. Ich hab vor Ewigkeiten mal einen Trailer dazu gesehen. Vor Ewigkeiten. Das bleibt ja auch hängen. Oh naja. Witzig will nicht. Tu es. Tu es. Tu es. Sorry. Muss ich das dann... Muss ich das Video dann raten oder kann ich das dann einfach so hochladen? Ich glaub das kannst du einfach so hochladen. Also ich hab's ja noch nicht geratet gesehen. Ich will ja... Ich will ja damit nix andeuten. Also... Echt? Will ja keiner. Das ist das einzige was du andeutest ist das. Wenn du... Geht das nicht aus? Das Geräusch dabei grad. Ich pack's grad nicht. Ich heul gleich vor Lachen. Da mögen sich zu viele. Wobei... Naja so Poli ist ja auch okay. Aber das ist... Ja. Hast du das wirklich gesagt? Ja. Okay. Oh. Was? Nimm mal ne ganz neue Bedeutung von Kopf in den Aus stecken. Hast du Hancock gesehen? Nee. Guck dir... Oh nein. Guck dir Hancock an. Da gibt's auch so ne schöne Stelle. Die sind doch irgendwie nicht awkward... Wow. Die sind... Das mach ich auch immer. Diese Geste jetzt so. Komm, komm, nein! What? Gib mir nicht noch mehr Stecker. What? Hast du wohl nicht gescheit reingesteckt? Okay. Hallo? 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 Wat? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Was? Wie das aussieht. Ähm... Wie das aussieht. Ähm... Ich pack's nicht. Damit kann man nix machen. Nee, die können ja nicht wieder hochfliegen. Das ist gegen die Physik. Hä? Es gibt einen oben und einen unten. Ja, siehst du das nicht? Ich finde nicht, dass das ein oben und unten ist. Sonst würden die nicht so komisch runterrutschen. Okay, ich probier mal was anderes. Oh! 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 Das normale... Hä? Hä? Warum kann ich nix machen? Was? Was passiert grad? Was? Ähm... Ich habe ja eine Befürchtung. Wenn ich da jetzt dran ziehe... Ja. Ähm. Ähm. Was ist so dramatisch? Ich feier diese Musik so sehr. Ja. Oh mein Gott. Mach mal das Licht aus. What? Was ist mit diesem Spiel? Ist das jetzt vorbei? Ja. Was war das? Plug and Play. Was war das? Okay, Leute. Ich war nicht überfordert. Ich habe keine Ahnung, was man da drin eigentlich macht. Und warum. Ich glaube, das Warum kann man weglassen. Was? Du führst Finger zueinander. Und dann hilfst du Menschen, allraunen Karotten miteinander zu flirten und bist nicht sehr erfolgreich. Wir waren doch dann am Ende erfolgreich. Ja, das ist einer von dreien gewesen. Oh. Und es endet jedes Mal, wenn ich das hier mache? Ja, okay, da oben steht end. What? Ah, okay, das sind die einzelnen Kapitel sozusagen. Was steht hier? Wow. Created by Michael Fry. Fry. Sind das Deutsche? Es sieht so aus. Ja. Oder zumindest deutschsprachige. Weil, ja, okay. Gut, dann heißt ja definitiv Michael. Nee, wer weiß. Weiß man ja nicht. Mario von Rickenbach. Ach, Rickenbach. Rickenbach. Mario von Rickenbach. Okay, das war's. Krass. Was ist das? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gerade aufgenommen haben, aber was war das? Okay, was? Ist das jetzt ein... Lass mal anspielen. Eigentlich nicht, das war ein Let's Play. Okay. Es war ein fucking Let's Play und dieses Let's Play war jetzt eine Folge lang. Naja, so viel länger ist das. Also es ist ja nicht länger. Ja. Naja, also wie auch immer, ich freue mich, dass ich Rea dabei haben durfte für ein überaus unterhaltsames Let's Play. Tut mir leid, dass das nicht länger war, weil du wolltest ja eigentlich auch mal so richtig dabei sein, aber, ne, du hast dir das Spiel ausgesucht. Yo. Okay. Also ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich bin mir ja nicht sicher, ob es mir Spaß gemacht hat. Ich habe zumindest gelacht. Das sagt schon mal was, aber ja, ne. Alter. Okay, gut. Wir suchen uns irgendwann noch ein neues Spiel. Wer weiß, mit wem ich da das nächste Mal in einer Aufnahme bin. Sehen wir ja mal. So. Ich wünsche euch noch einen schönen, verstörten Tag, Nacht oder Träume, nachdem ihr das gesehen habt. Du hast den Abend vergessen. Einen schönen Abend auch. Verstörend. Oder auch nicht verstörend. Wie auch immer. Also ich habe mich amüsiert. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, wie gesagt, ich habe gelacht. Das ist ein Indiz dafür, dass ich mich ja nicht gelangweilt habe. Aber es könnte auch eine verstörte Lache gewesen sein. Ja, ich bin jetzt traumatisiert. Ich wünsche euch schöne Träume. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.